Hi, Willkommen bei Stay Geeky, mein Name ist Dennis Matthias und heute habe ich dir Meepleland mitgebracht. Wie der Name schon vermuten lässt, wir errichten unseren eigenen Freizeitpark. Meepleland ist ein Spiel von Blue Orange Games für 2-4 Spieler, mit einer Spieldauer von 60 Minuten für Spieler in einem Alter von 10 Jahren oder darüber. Das Ganze machen wir mit einem Tiling-Mechanismus und für mich spielt sich Meepleland ein bisschen wie eine familienfreundliche Mischung aus Dinosaur Island und Dice Hospital. Warum? Das zeige ich dir jetzt. Willkommen zu Meepleland. Wie gesagt, geht es darum, dass wir unseren eigenen Freizeitpark errichten. Dafür hat jeder Spieler so ein Parkplättchen mit einem Eingang. Wir haben verschiedene Attraktionen, die wir kaufen können und Services. Und mit diesen Bussen werden dann die Gäste in Form dieser Meeple in unseren Park gebracht. Auch können wir uns Parkerweiterungen in einem weiteren Eingang kaufen. In jeder Runde bekommen wir Subventionen vom Staat, weil wir Neugründer sind. In der ersten Runde bekommen wir 15 Dollar, in der zweiten 10. Also immer weniger, weil wir halt dann auf eigenen Füßen stehen müssen. In der vierten Runde bekommen wir kein Geld mehr. Das müssen wir also erwerben mit unseren Besuchern. Der Startspieler bekommt 15 Dollar. Alle weiteren Spieler bekommen 1 Dollar pro Position folgend nach dem Startspieler. Der zweite Spieler 16, der dritte 17 und so weiter. Wir haben jetzt hier ein Zweispielerspiel aufgebaut. Abhängig davon ist auch die Anzahl der Busse. In unserer Runde können wir entweder einkaufen oder passen. Wenn wir einkaufen, können wir entweder eine dieser Attraktionen kaufen. Diese großen oder die mittelgroßen. Einen Service. Damit werten wir diese Attraktionen auf. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Wir können eine Parkerweiterung einmalig im Spiel kaufen. Wir geben 6 Dollar aus. Legen das an unseren Park an, um unsere Fläche zu vergrößern. Das können wir machen, wo wir möchten. Und wir können einen weiteren Eingang bauen, von dem aus wir unseren Park errichten können. Um zu schauen, welche Attraktionen wir denn jetzt bauen wollen, schauen wir einmal, welche Miepel denn jetzt hier auch in den Bussen baden. Also pro Attraktion sehen wir, dass diese unterschiedliche Gäste anlocken. Also hier zum Beispiel primär rosa und grüne Miepels. Hier gelbe und blaue. Grün und rosa und so weiter und so fort. Wir können uns jetzt zum Beispiel dazu entscheiden, 5 Dollar auszugeben und uns hier dieses Westernzelt zu holen. Wir müssen das nun an unseren Park so anbauen, dass der Weg mit unserem Eingang verbunden ist. Also beispielsweise so. Wir füllen diese Auflage jetzt wieder auf. Jeder Spieler hat auch so einen Wertungsbogen. Wir können uns dann ankreuzen, welche Attraktionen wir bereits in unserem Park errichtet haben. Denn am Ende des Spiels gibt es Siegpunkte für die Anzahl an verschiedenen Attraktionen, die man errichtet hat. Unser Gegenspieler wäre jetzt an der Reihe Das überspringen wir. Schauen wir uns noch einmal unser Westernzelt an. So sehen wir, dass wir hier zwei Positionen haben für grüne Miepel. Bei diesem rosa Miepel haben wir hier ein Symbol, ein Burger-Symbol. Diese können wir nur in dieses Zelt locken, wenn wir diese Attraktion aufwerfen mit einem bestimmten Service. Die schauen wir uns hier einmal an. Das sind diese Sachen, die hier auslegen. Da haben wir beispielsweise diese Burger-Bude. Die kaufen wir jetzt einmal für 4 Dollar und müssen diese jetzt so errichten, dass sie direkt verbunden sind über einen Weg mit dieser Attraktion. Beispielsweise so. Hätten wir jetzt noch eine andere Attraktion dazwischen liegen, so beispielsweise, würde das nicht zählen. Diese Burger-Bude muss, wie gesagt, direkt angrenzend sein zu diesem Westernzelt. Auch hier erneuern wir die Auslage. Was wir hier noch sehen, das ist Werbung. Wir könnten also jetzt zwei Dollar ausgeben, um direkt ein grün und ein rosa Miepel für uns zu erwerben und sofort auch in unserem Park zu platzieren. Wir dürfen diese also direkt hier drauf platzieren. Wir haben noch 6 Dollar. Wir könnten jetzt also noch 5 Dollar ausgeben und uns beispielsweise diese Attraktion hier holen und könnten die beispielsweise so in unserem Park verbauen. Wir müssen immer schauen, dass wir die Attraktion mit unseren Wegen verbinden. Wir könnten das also jetzt zum Beispiel auch so hinlegen. Wenn wir zu irgendeinem Zeitpunkt einen Weg blockieren, also so beispielsweise, dann würde dieser Weg hier nicht verbunden sein. So kriegen wir dafür am Ende des Spiels Minuspunkte. Wenn Wege frei bleiben oder außerhalb der Fläche verlaufen, also beispielsweise so, wäre das nicht schlimm. Das gibt uns keine Siegpunkte, nur wenn wir sie durch andere Teils blockieren. So, jetzt wäre so ein Gegenspieler an der Reihe. Wir könnten uns jetzt noch entscheiden, die 2 Dollar zum Beispiel für Werbung auszugeben. Das tun wir aber nicht. Wir sparen das auch für die nächste Runde passen. Sobald wir passen, dürfen wir uns einen Bus aussuchen, beispielsweise diesen hier. Der fährt jetzt dann zu unserem Parkeingang und die Meeple werden jetzt hier an dem Parkeingang platziert und warten darauf, dass sie in unserem Park dürfen. Man darf jetzt schon diese Meeple verteilen auf dem eigenen Park, während die anderen Spieler spielen. Das heißt, das verringert hier auch ein wenig die Downtime. Wir können also sagen, hier gehen 2 grüne Meeple hin, hier ebenfalls 2 grüne Meeple und weil wir hier eben diesen Burgerstand errichtet haben, dürfen wir hier auch einen rosa Meeple platzieren. Diese bleiben jetzt erst einmal eingangs stehen und warten darauf, dass weitere Attraktionen gebaut werden. Die dürfen wir dann später ohne Probleme in unserem Park holen, neu platzieren und wir dürfen auch zu jeder Zeit diese Meeple hier umorangieren und auch zu anderen Attraktionen stellen. Die sind also jetzt hier nicht fest eingeloggt. Haben alle Spieler gepasst, so werden die Besucher gewertet. Für jeden Meeple, den ich in meinem Park habe, bekomme ich 1 Dollar. Jetzt haben wir momentan 5 Meeple in unserem Park, bekommen also 5 Dollar. Dann haben wir hier noch dieses Sonderplättchen mit dem Burger. Daneben steht nochmal ein Plus-Dollar-Zeichen. Das heißt, dieser Meeple gibt uns einen weiteren Dollar. Jetzt wird geschaut, wer das wenigste Geld hat. Dieser Spieler wird der neue Startspieler. Es werden neue Busse platziert und eine neue Runde beginnt. Wir bekommen also jetzt 10 Dollar und das Spiel geht weiter. Wenn wir uns zu irgendeinem Zeitpunkt dazu entscheiden, so einen weiteren Eingang zu platzieren, so könnten wir den zum Beispiel hier anbauen und können von hier aus ebenfalls Attraktionen in unserem Park platzieren. Merken wir irgendwann, dass wir uns ein bisschen verkalkuliert haben, vielleicht auch mit unseren Wegen, oder wir brauchen generell mehr Platz, dürfen wir das beispielsweise hier anlegen und machen dann auch hier diesen Weg wieder nutzbar. Das Spiel läuft über 4 Runden, wie gesagt. Dann bekommen wir am Schluss Siegpunkte für die Anzahl an verschiedenen Attraktionen, die wir haben. Hätten wir beispielsweise 9 verschiedene Attraktionen, bekommen wir dafür 10 Siegpunkte. Dann bringen wir uns nochmal alle Meeple und unseren Park Siegpunkte. Meeple, die am Eingang warten und nicht platziert werden konnten, geben uns Minus Siegpunkte. Und wie gesagt, jeder blockierte Weg gibt uns Minus Siegpunkte. So, das ist Meeple Land. Wie eingangs schon gesagt, ist das Spiel eigentlich eine Mischung aus verschiedenen Spielelementen und Mechanismen, die man durchaus von anderen Spielen schon kennt. Also Meeple Land ist an sich jetzt nicht innovativ. Man kennt diese Sachen schon aus anderen Spielen, aus anderen Bereichen. Aber es mischt das Ganze zusammen zu einem sehr attraktiven neuen Mix. Also als Beispiel, wir haben einen ähnlichen Mechanismus wie von Dinosaur Island. Wir bauen einen Park auf, holen Meeple und unseren Park, um Attraktionen zu besetzen. Allerdings sind die ganzen anderen, ja etwas schwerfälligere Mechanismen von Dinosaur Island weg. Ich will gar nicht sagen, dass Dinosaur Island ein schlechtes Spiel ist. Im Gegenteil. Aber das macht das Ganze hier flüssiger spielbar und eben halt auch familienfreundlicher. Das Ganze wird dann auch noch kombiniert zum ähnlichen Mechanismus wie bei Dice Hospital. Jetzt gar nicht dieser Würfelmechanismus, sondern die Fahrzeuge mit den Patienten im Fall von Dice Hospital. Hier sind es eben die Busse mit den verschiedenfarbigen Meeple, die ich brauche, um mir diese in den Park reinzuholen, um die Attraktionen zu besetzen. Und auch wenn ansonsten Meeple Land eigentlich ein Standard-Teil-Agen-Game ist, bietet es hier sehr attraktive Entscheidungen während des Spiels. Ich muss hier wirklich auch auf Kompromisse eingehen, nämlich sagen, ich hole mir jetzt diese Attraktionen in meinen Park, habe da aber diese Meeple noch nicht. Die muss ich dann gegebenenfalls durch Werbung reinholen. Und wenn ich mir dieses Teil hole, dann blockiere ich da gegebenenfalls einen Weg, was mir Minussiegpunkte gibt am Ende des Spiels. Aber diese Attraktionen habe ich noch nicht, was dann gegebenenfalls die Anzahl an verschiedenen Attraktionen erhöht, wodurch ich dann wieder Siegpunkte bekomme. Ich muss mir Teils besorgen, um gegebenenfalls Attraktionen zu unterstützen, um weitere Felder freizumachen für Meeple und so weiter. Auch muss ich entscheiden, wann möchte ich denn gegebenenfalls in meiner Runde passen. Ich habe zwar vielleicht noch Geld, um mir attraktive Teils zu kaufen, aber vielleicht möchte ich doch vorher schon passen, um mir einen Bus mit entsprechenden Meepeln zu sichern, um auszuschließen, dass andere Spieler mir die wegnehmen. Also wie gesagt, ein sehr attraktiver Mix an verschiedenen Mechanismen und bietet auch sehr viele spannende taktische Möglichkeiten. Deswegen 8 von 10 Punkten für Meeple Land. Ich hoffe, dir hat die Spielerezension gefallen. Falls ja, lass gerne ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, stay geeky, ciao.